Hi, ich bin Matthieu. Ich bin Aktivist bei der CCR in Frankreich der revolutionären kommunistischen Stürmung. Ich studiere an der Universität Paris I in Paris, wo wir seit sieben Monaten vollversammlungen und Demonstrationen organisieren. In Frankreich gibt es seit März massive Proteste. An diese Proteste ist gegen die neue Arbeitsmarktform, das Lohr El Khomri, vergleichbar mit den deutschen Arts4-Gesetzen. Zuletzt gingen am 5. September fast 200.000 Studierende und Arbeitnehmer gemeinsam auf die Straße. Vor dem Sommer gab es Aktionen und Streiktage, an der Unterhautsende Menschen in über 2.000 Staaten teilnahmen. Französische Schülerinnen blockieren seitweise über 100 Schülern. Die Polizei griff uns mit Blendgranaten, Tränengas und Schlagströcken an. Während wir gegen die französische Regierung kämpfen, hören wir immer wieder, dass auch in Deutschland Jugendliche gegen die Regierung kämpfen. Jugend gegen Rassismus setzt ein klares Zeichen gegen Rassismus von Nazi und Stadt. Wir erklären uns solidarisch mit euren Protesten und hoffen, dass bei Eurodemo gerade die Sonne scheint. Musik Studio